Okay, das wird wohl immer bloß Haus sein, haben sie sich bloß eine Karte vorgenommen, wäre wohl auch zu aufwendig, wenn man da noch mehrere Karten verunstaltet und welche Karte passt besser als Haus, ja, Haus, Halloween, wenn die Leute vorbeikommen, Kürbisse, Plätzchen und überhaupt, so Freizeitpark würde gar nicht passen, denn eigentlich ist da gar keine mehr, aber erst einmal, hallo da seid's und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Ich gucke jetzt mal, welche Waffen Finka nochmal hat. Ein Sturmgewehr, Spare, 308 oder ein LMG, das ist ähnlich zu dem von Fuse, auf jeden Fall die Magazinlage ist ziemlich gleich. Drei Waffen hatte sie, Sturmgewehr, 700er Feuerrate, nicht weniger, Bums, Mobilität, Kapazität. Hm. Und Jigen hat Klemmer bekommen, oder war das Sophia? Ich glaube Jigen. Darf er die Banner, die halt wegbekommen? Ich glaube sowas. Wir spielen auf jeden Fall, ich weiß gar nicht wie lange das geht, mal schauen, aber ich würde ganz gerne wieder mal eine normale Partie spielen und ich hoffe ich kann dann, wenn alle wieder mit gleichen Bedingungen, wobei gerade eben auch, denn die Karte, die Hauskarte kennt wohl noch nicht jeder, noch nicht so gut mit diesen Lichtbedingungen und so weiter und so fort. Aber an sich, der Hausaufbau ist ja gleich geblieben, aber ich will jetzt gleich mal am Anschluss in eine normale Partie spielen. Mit Operator-Auswahlmöglichkeit. Ah, laufendes Match. Es ist Konsulat, es ist wieder nicht Bartlett, schade. Runde 1, super, darf ich zugucken. Die Augen in der letzten Folge, herrlich. Laufenden Match beigetreten. Ohne ge-no, beitreten. Ja, die haben gerade erst angefangen. Hätte man da mich nicht irgendwie noch reinwerfen können? Ein Kanister hat da, der Timit. Oh man, ich spiele die Karte doch recht gerne. Wie war meine Beziehung eigentlich zu Beginn? Oh, hallo Hintern. Wie war meine Beziehung zu Beginn zu dieser Karte hier? Konsulat? Grenze weiß ich noch, war grenzwertig, um es mal milder auszudrücken. Dann schmeiß sie gleich eine Kontaktgranate oder sie packt die Schruflinde aus. Zehn Sekunden bis Einsatz. Aber Oh nein, es geht auch noch von uns. Aber das Mögen einer Karte ist auch davon abhängig, ob du sie kennst. Was ist das denn für eine Perspektive? Wo ist das? Ich hätte spontan gesagt, das war Bank. War das gerade hinter dem Schild von Montagna? Moment, ich kann doch gucken. Ich komme nicht zu den Dräumen, wir haben keine Drohne mehr. Vorsicht, Grabschraus hier. Vielleicht. Noch. Wenn ich Grabschfrau wäre, ich hätte mich in dem kleinen Zimmer versteckt und gewartet, bis die an mir vorbei sind und dann mich herangeschleicht. Achtung, Rücken. Hat er gar nicht hingeschaut. Und jetzt in seinem Rücken bei der Garage ist bestimmt jemand. Könnte jemand sein. Da hat keiner drin. Das wäre auch sein Ende, wenn da jetzt jemand drin hocken würde. Ah, eine Drohne ist unterwegs. Grabschraus. Vielleicht wollte er nicht, dass ich markiere. So, war er echt in dem Fall? Jetzt habe ich es aber getan für alle. Komm, 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 Schuss. Oh, nur noch 2.5. Einer ist ja gegangen. Wir waren nicht dabei. Und jetzt ist gerade einer von uns gestorben. Ungünstig. Wenn Montagne nur noch übrig ist, wird es gar nicht schwierig für ihn. Okay. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Echt, du schaffst das. Das ist dein Ace. Ja, was ist das denn für ein Team? Es muss ja schon einer vor mir rausgegangen sein. Gleich wieder voll. Super Ubisoft. Aber nur weil es gerade einen Misserfolg gibt, gehen die sofort raus. Macht ihr das auch? Also, ich gehe immer bloß raus, wenn ich merke. Habe ich in der Vergangenheit oft gemacht. Mittlerweile mache ich es nicht mehr. Wenn eine Partie schon läuft und es halt die letzte oder vorletzte Partie ist, weil ich habe eben die Erfahrung gemacht, Ubisoft schiebt mir, jetzt kommt gleich jemand in den Rücken, schiebt mir teilweise fast ausschließlich nur angerissene Partien zu. Aber ansonsten rausgehen, nur weil mein Team gerade abstinkt. Nee. Das war gerade wieder die Perspektive. Ich werde jetzt auch Klappschroi nehmen. Am Ende sind wir oben. Wobei, wäre auch nicht so verkehrt. Die Karte ist riesig groß und hat zwei Treppenhäuser. Ich habe mal nachgeschaut. Ich bin verwundert, wie wenig Spielstunden ich bei Rainbow Six Siege habe. 445 PvP und 27 PvE. Ich habe nochmal geschaut, wie das bei Battlefield 4, wobei das habe ich zu Beginn damals ganz schön schlimm gespielt, wie viele Spielstunden ich da drauf habe. Und da sind es 1336. Auf jeden Fall über 1300, ich glaube sogar 1336. Habe mich, glaube ich, nicht versehen. Wir sind oben im Chefbüro. Wir sind hier zum anderen. Wobei, hier ist ja bloß das Fenster rein sollen, aber können Sie direkt auf die Geisel gucken. Da muss auf jeden Fall zu. Ehe hier das einer nicht macht, machen wir hier mit. Herzschlagmann hat ja auch bloß zwei Wände. Ja, du hast sie verstärkt. Dann machen wir das kleine Ding hier noch zu. Nein, och Leute. War das Absicht oder Kameraverfolgung? Womöglich gibt es eine Rache in der nächsten Runde. Keine Drohne zu hören? Ich muss gleich irgendwo anders hin. Ich weiß auch schon, wohin. Eigentlich will ich erst mal Gegner gucken. Nein. Ah, rennt noch keiner vor. Kommt keiner an. Der Vigil ist hier und einer seilt sich gerade. Hat wohl jemand gepinkt? Oh. Oh. Gut, dann lassen wir ihn mal reinkommen. Ich wollte eigentlich jetzt nochmal da aufmachen, damit ich auf jeden Fall sehe, ob da jemand langkommt. Ich hoffe, die fahren nicht mit der Drohne hier umher. Mist. Ich wollte hier eigentlich durchgucken. Jetzt lasse ich das aber, weil es gleich reinkommt. Da geht wieder jemand raus. Da rennt jetzt jemand schnell zur Geisel. Ah, hallo. Oh. Oh, der wollte mich gar nicht blenden. Warum konnte ich jetzt nicht über den Tisch da springen? Also nicht mich da hindrehen? Ich war irgendwie wie eingeklemmt. Ich wollte eigentlich jetzt auf den Tisch hoch und dann um ihn herum. Aber ich konnte mich da nicht drehen. Ich war irgendwie eingeklemmt. Eine Spinne. Läuft irgendwie suboptimal. Das Team minimiert sich, weil sie rausgehen in der ersten Runde, wo ich bloß zugucken kann. Und dann zu Beginn der zweiten Runde bringt jemand den Kollegen um. Tja. Wir haben mehr Spall. Nein. Na doch. Zum Verlieren. Ich nehme mal wieder Tocke. Die habe ich schon lange nicht mehr genommen. Ich rufe hinter. Wann habe ich die denn zuletzt genommen? Bin ich verrückt? Ach, das waren Einschüsse, ne? Ach so. Stimmt, da war ja was. Das Ding hat dafür auch Bums, aber... Irgendwie gefällt mir die Kombi bei ihr nicht. Voll automatisch. Tausender Feuerrate. Und auch wirklich... Voll automatisch. Ja, scheiße. Ich wollte doch bloß gucken. Jetzt habe ich die gewechselt. Nein. Ich wollte mir doch bloß nur alle angucken. Oha. Aber ich habe das Klicken oben nicht beachtet. Mist. Naja, vielleicht brauche ich die Waffe eh nicht. Zweitwaffe. Seid ihr wieder im Keller? Oder seid ihr da, wo wir gerade waren? Nein. Das könnte oben beim Warteraum sein. Sind sie da, wo wir waren? Bestätigt. Die Garten wurde lokalisiert. Zwei Fragezeichen noch. Ich komme nicht rum. Okay, kein Fragezeichen mehr. Guten Tag. Oh, das wäre fies gewesen, wenn er mich jetzt im Flug erwischt hätte. Noch fünf Sekunden. So kann ich den hier nicht seitlich hochfahren. Guten Tag. Da kann man nicht rausgucken. Schießen sich gegenseitig an? Ach gut. Hier ist bestimmt jemand drin, oder? Ich könnte aber kurz, bevor ich reingehe, mal anrufen. Was schreit denn da? Gegenseitig umgebracht. Ob gewollt oder nicht. Keine Ahnung. Da macht jemand auf. Fünf, drei, gut. Ich hoffe, jetzt kommt hier keiner raus. Zwei Telefone. Ich will mal hier vorfahren. Wir sind ja nicht so weit weg. Wir haben noch drei Minuten. Also darin wird es nicht scheitern. In der Zeit. Aha, Kap Kamine, gut zu wissen. Hakt hier irgendeinen Arsch. Ibana bringt an. Sieht leer aus. Gucke ich nochmal kurz Kap Kamine. Das hier ist keiner. Da ist noch einer. Okay. Auf mich habe ich Schmiddy auch gemerkt. Keiner in der Nähe. Ich habe ein Kopfhörer laut gemacht. Oh, da ist es Echo. Ne, wir kennen schon alle. So, den Kopfhörer vielleicht leise machen, weil das gerade echt laut. Ich mache es mal eben. So. Habe ich ihn lauter gemacht oder leise? Ich habe ihn lauter gemacht. Normalerweise mache ich das nicht mit meiner linken Arsch. Den Kopfhörer lauter leise. Da gehe ich schon nicht rein. Wobei, es könnte doch mal sein, wenn ich jetzt irgendwie flüchten will. Hier ist jemand nebenan. Hier ist jemand in der Nähe. Den Einschuss. Dieses Einschuss Eisen von Marek finde ich ja nicht verkehrt, aber jetzt hat es mir einfach entscheidende Zeit gekostet. Und ich habe auch nicht so gut gezielt. Der erste Schuss muss ja gut sitzen. Mann, immerhin habe ich zwei Kap Kamine weggemacht. Warum hat Togepi so blöde Waffen, ey? Warum hat sie eine Schrottflinde, die... Das Einschussgerät können sie ja... Kann sie ja meinetwegen haben, aber warum eine Schrottflinde? Schmeißt jemand Zephiren ein? Gegner eliminiert. Eigener Trupp erfolgreich. Oder hat doch jemand geschmissen, aber nicht mehr zünden können. Ah, doch. Geworfen, ja, aber nicht mehr zünden können. Okay, ich weiß, warum ich Togepi nicht oft spiele, obwohl ich ihr Gerät super finde. Die Waffen sind halt... Pupu. Ich probiere es nochmal. Wobei, wir spielen Geisel-Lesion. Ich muss halt lange überleben. Das kriege ich schon hin. Wenn ich es will. Halibi ist auch super. Stöße dann mal auch. Frau Frost sowieso. Kap kann auch. Kap kann auch. Alle noch da? Ja. Überall alle. Vielleicht kriegen wir das Ding hier noch gedreht. Oh, das ist toll. Der Raum ist super zum Minenlegen. Geilo. Oh, fast zeitgleich angesetzt. Dicht machen, Leute. Dicht machen. Der Raum muss komplett zu sein. Ich kann mich hier noch gut vor vielen, vielen Folgen an meine Frau Frostrunde erinnern in diesem Raum. Nicht in der Nähe aufhalten. Stössender und Mine. Stössender, ja, aber Mine... Stössender hier dran wäre gut. Wobei die Mine da eher das Problem ist, wie ich finde. Ach, Stössender kaputt, weil was platziert. Dann hat er seinen eigenen Stössender kaputt gemacht. Okay, bevor ich Minen lege, mal kurz gucken. Ja, da war jemand zu sehen. Dann ist die Kamera so hinfällig da. Halb links von uns. Dir wird es auch bald sein. Mine, hier zu gewonnen. Kamera put. Okay. Ich hoffe, die Führer sind hier rein. Ist keine Frau Frostmarte drin, ist ja blöd. Aber die könnte man wunderbar kombinieren. Das gefällt mir nicht. Okay. Hier muss jemand durch, wenn er hier durch will. Nicht zu nah an der Kapkan Minasch. Hier, jetzt ist es jemand. Weg da. Was mache ich mit dir denn? Hab schon eine Idee. Hat jemand Alibi mitgenommen? Vielleicht mit der Kamera durchfahren? Ich darf die Dinger nicht zu nah an der Geisel legen, weil dann gehen die kaputt und tun auch der Geisel weh. Der Raum ist übel zum Geisel entführen. Ich will hier keinen Spalt haben. Zwischen Schreibtisch und Schild. Ja, genau so. Okay, eine Mine. Vorm Schild ist eine. Da sind schon zwei. Nein, der Geisel ist aber nicht direkt dran. Geisel wird eingeräuchert. Ying haben sie. Oh, das ist nicht gut. Da kommt jemand am Fenster nebenan rein. Vier, vier. Vier, drei. Hier vorne kommt noch eine Mine hin, falls jemand zu meinem Schild drüber will. Oh, ist jemand in der Nähe? Ah, die Füße liegen blöd. Ich glaube, es kommt ein Schildträger. Ich bereite ihn an. Ich sollte ihn erstmal reinkommen lassen. Hier liegen die E-Minen. Vielleicht höre ich, wie sie die Mine kaputt machen. Oder es macht halt Bumsen. Dann bin ich da, hoffe ich. Ich darf meinen Kopf nicht so weit rechts herumlegen. Hier rechts rum. Ich halte mich jetzt vollkommen zurück, weil... Er muss erst entweder Mine kaputt machen oder Mine auslösen. Das bekomme ich mit. Dann kriegt er brauche auf den Sack. Kapka macht das Fenster wieder zu. So, jetzt schnell weg. Das war schon sehr riskant. Aber ich kann nicht vorstellen, dass er da reinkommt und hier rum. Währenddessen da einer ist und da. Noch unbekannt der Gegner. Eine Minute hat er noch. Entweder stirbt er gleich. Oh, oben. Zum Glück haben wir hier keine Lucke. Das schafft er aber niemals. Oh, schade. Er hofft. Wir sind der letzte Überlebende gleich. Damit er zu uns kommt. Weil ich hätte ganz gerne gesehen, wie er sich hier in dem Raum versucht hätte. Überall an jedem Eingang Läsionen-Mine, Gou-Mine. Frau Frostmatten und sogar noch eine Kapkan-Mine. Wenn er das geschafft hätte, dann hey, Respekt, aber so weit kam es nicht. Nochmal, bitte. Nochmal der gleiche Raum, bitte. Das ist der Sieg eigentlich auf unserer Seite. Außer es steht eins gegen fünf und bei aller Minenfertigkeit wird dann unser Team noch überrannt. Trotz des tollen Raums. Mal gucken. Vielleicht sind wir ja auch im Serverraum. Der ist geräumig. Da muss man vielleicht mehr um die Geißle herum platzieren. Weil da wollen sie hin. Und ansonsten bei den Eingängen. Aber mal gucken, wo sind wir? Na geil. Ist das übel. Für den Gegner. Ich hoffe, es kommt mal jemand zu uns. Wir haben wieder die, die gleichen. Hey. Oh. Ah, das ist ein Kapkan-Mine. Das ist ungünstig. Dann fahre ich auf jeden Fall hier die gleiche Schiene. Na, ist zu weit reich. Jetzt ist aber links. Nein. Nö. Das ist auch ein Kapkan-Mine ungünstig. Die Gegner haben die Geißle entdeckt. Na? Hinter uns, okay. Bringt euch gegenseitig um. Genau. Schnauft schon nämlich jemand. Ach ja, der hat einen. Das war Bug. In der Waffe erkennt man es. Ach man, Leute. Nein. Ich will doch eine tolle Verteidigerrunde erleben in dem tollen Raum. Blitz. Oh. Stark. Warum markiere ich ihn, wenn ich ihn zu mir kommen lassen möchte? Ich breite ihn an. Nur ein Kleiner. Oh Mann, ey. Ärgerlich. Wir haben 0-2 hinten gelegen und dann noch gewuppt das Ding. Trotzdem blöd. Am liebsten wäre es mir, wenn man 5 gegen 5 spielt. Aber das ist ein Wunschdenken. Nur noch 2 Gegner da. Ich habe kaum jemanden zu Gesicht bekommen. Ja, mit Togepi, aber Waffe. Gut, dann hoffe ich das nächste Mal auf mehr Feindkontakt. Und bis dahin. Macht's gut. Und tschau tschüss.